Ja, jetzt ist es wieder so weg. Heute machen wir Pizza. Bei? Bei? Papa. Und damit wir Pizza machen können, brauchen wir? Milch. Richtig. Dann brauchen wir? Milch. Ja, was brauchen wir noch? Zucker. Richtig. Und noch? Salz. Salz. Salz, damit es gut und lecker ist. Und als Geheimtutat, damit der Teig fluffig wird, haben wir noch Öl. Salz. 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 Banana. Salz. reasonable hätte. Rischer. Salz. Salz. Musik Die Hefe zerkleiden wir mit dem Finger in der Schüssel. Musik Dann geben wir die Hefe in der Schüssel. Musik Dann geben wir die Hefe in der Schüssel. Musik 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 Und dann nehmen wir das Bier, was wir haben, nehmen unseren Löffel und machen wir die Löffel. Und dann nehmen wir das Bier, was wir haben, nehmen unseren Löffel hinein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Alles Liebe, alles Gute. Man, 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 man...